Ich hab Pipi in den Augen. Juri, was soll los? Nein! Oh, ich werde das. Ich komme nicht ins Rhythmus. Ja, wie hochkommst du denn her? Ich wollte abhören. Alter, kann das einer bitte knippen? So lang geht's ja, geht. Alter, die Gabi über die Kurve drüber gesprungen. Lass mir, ich geh jetzt einfach ab. Ich kann nicht mehr. Wir sehen nichts mehr. Was? Wir sehen nichts mehr. Es brennt so in den Augen. Wo bin ich hin? Oh. 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 Was? Oh. Ich bin dran. Oh, ich seh nichts mehr. Ich bin dran. Hilfe, du минут. Wer ist hier eigentlich schon. Er ist kaputt hier. Ich kann nicht mehr, ich will laufen die Tränen. Ja. Oh. Oh. Ja, ich weine schon. Oh ja. Ich bin ja mal die VIP-Zuschauer. Oh Gott. Der hat keinen Namen nennen. Nein. Nein. Nein, nein. Alter, wer ist da? André, wo willst du hin? Keine Ahnung. Ich kann nicht mehr. Ich werde nur mit der Schrott und Kohl. Ich bin ja nicht. Gleich bald. Ein baldes Rennen von Wasserwerken. Bist du schon ein Schrott oder was? Ich kann nicht mehr sagen. Ich kann nicht mehr sagen. Ey. Da wird doch die ersten Schwerden aus der Zuschauerreihe. Da wird einfach nur mit der Schrott. Der kommt einer entgegen, was ist da los? Ich hab Juri raus. Nee. Warum haben wir eigentlich Hitchcock hier mit dem Statterfeld? Ich hab Juri raus. Nee. Warum haben wir eigentlich Hitchcock hier mit dem Statterfeld? Ich hab Juri raus. Ich hab Juri raus. Ich hab Juri raus. Ich hab Juri raus. Endlich. Ich hab Juri raus. Ich hab Juri raus. Ich weiß nicht. Undonig. арame groß beim Statterfeld. Aber der Talonane wird, wenn Sie noch verfrösten, am Irrstand gibt es eine Tochter mit der Talonane wird, wenn Sie noch verfrösten, die Talonane wird, wenn Sie noch verfrösten. Der macht mich fertig! Olli, was machst du hier? Du warst aber voll neben mir! Was machst du da mit Hitchcock? Ich steppe auf meine Kamera, ich sitze jetzt auf dem Boden! Oh Gott! Meine Damen und Herren, Sie haben hier leider starke Kameraprobleme. Sollte dies weiter vorfahren, kommt ein Gastkommentator im Namen Bella Redi. Nein! Bella Redi! Aua! Riyami fährt ja noch! Ich helfe dir mal! Taurus, geh weg! Lass Riyami in Ruhe! Aua! 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 Hahahaha! Ich weiß nicht, was ich da ist, was ich da ist, was ich da ist, was ich da ist. Ich weiß nicht, was ich da ist, was ich da ist, was ich da ist, was ich da ist, was ich da ist. Ich weiß nicht, was ich da ist, was ich da ist, was ich da ist. Ich weiß nicht, was ich da ist, was ich da ist, was ich da ist, was ich da ist, was ich da ist. Das war's für heute. ... und zusammensetzt. Schön ist es in ihm, also im Zelt zu sein. Doch der Leiter kommt zu ihm. Geh da weg, Junge! Olaf! Olaf! Olaf, schneller! Ja, ich geb mal alles. Hilfe, Mann! Geh weg, Junge! Du machst doch Scheiße! Hier gibt's gleich den totalen Krieg. Oh Mann. Das ist das totale Rennen! Ah, ich bin einer Siebter. Jetzt verlierst du gegen die Borden. Oh, du willst, ey. Du führst hier 14 Runden und dann... Und was ist jetzt mit freier Meinungsaussagen? Ich hab dich verprägt einiges gerade. Oh. Jochi, danke für das Abgeschenk. Meine Damen und Herren, Sie behalten sich fern vom Gelände aus dem Wald. Ich wiederhole, Sie behalten sich fern vom Gelände aus dem Wald. Da befinden sich viele Werbe. Und das ist so. Oh das ist alles. Oh. Ah, das ist ja so. Oh ja, ich bin jetzt ja so. aus dem rührer hauptquartier voronaa nee ich hab nichts mehr Hilfe da bin ich hier gelandet ich hab nichts mehr ich hab nichts mehr das Rennen ist vorbei aus der 1, Raphael auf der 2, Keeper auf der 3, Alfred Hitchcock auf der 4, Yoda auf der 5, Marschor, Zwerg lost lost lost